Ihr Freibeute der Brettspielmeere und schön, dass du wieder mit an Bord seid, wenn es heißt, der Brettspielpirat lädt ein zur nächsten Kaperfahrt. Heute ist es doch so, es war wunder wunderschön und man hat schon so ein bisschen das Gefühl von Frühlingserwachen. Was ist, wenn der Frühling dann so bei uns langsam Einzug hält? Ganz klar, in den Gärten fängt alles an zu erwachen und da sehen wir dann das Wunder der Natur und ich glaube genau zu diesem Frühlingserwachen habe ich das richtige Spiel heute auf dem Spieletisch und zwar es handelt sich um Papillon. Papillon war glaube ich letztes Jahr ein Kickstarter und es geht hierbei darum, es ist so Tile Placement also a la Carcassonne und ein bisschen Area Control, aber nicht mit Meebles, sondern mit Schmetterlingen. Ich habe jetzt mal alles heraus, auch aus der Erweiterung Beyond the Meadow, da kommen einige Module mit ins Spiel, aber zuerst sollte man sich einmal mit der Basisvariante vertraut machen, um nachher dann Schritt für Schritt die Module einzubauen. Ihr könnt natürlicherweise, um ein episches Spielgefühl zu erleben, irgendwann einmal alle Module mit einbauen, aber ich würde mal sagen, ich erkläre euch zuerst einmal das Basisspiel und dann Schritt für Schritt ein Modul nach dem anderen. Der Basisaufbau ist so, je nachdem wie viele Spieler ihr seid, aber wir gehen jetzt einmal von einer Vollbesetzung von vier Spielern aus, nehmt ihr random von diesen Zählscheiben, die hier dabei sind. Es sind insgesamt acht Stück, genauso wie es von den Pflanzen immer zwei jeder Sorte gibt. Warum, weshalb, ist nicht wirklich ersichtlich aus dem Regelheft. Vielleicht kann mir da ja jemand von euch weiterhelfen. Übrigens, großer Dank geht da hinaus an die Beate, die hat mir ja in dem Video, wo es darum gegangen ist, welche sind eure Lieblingsgartenspiele, genau dieses Spiel genannt. Und ja, also wie gesagt, ihr bereitet vor von jeder Farbe eine Pflanze. Ihr sucht euch die Scoring Rings aus, legt sie aus, stellt die Pflanzen drauf, baut sie zusammen und dann legt ihr den Spielplan in die Mitte. Ihr schaut, wer wird Startspieler. Da ist angegeben, wer hat das letzte Mal eine Pflanze gegossen, wer hat das letzte Mal eine Pflanze gepflanzt, wer bla bla bla. Ihr wisst ja, sucht euch da irgendeine Thematik aus, wer wird Startspieler und dann halt einmal in Uhrzeigerrichtung weiter. Ihr legt die Zwerge aus, aber mit der Nummer rückseitig auf das Board, für was das wichtig ist, kommen wir später dann. Dann legt ihr zu jeder Pflanze einen Schmetterling in der gleichen Farbe, für was das wichtig ist, kommen wir dann auch gleich im Spiel dazu. Wie gesagt, dann legt ihr die Würmer bereit. Hier einen ganzen Batzen voll Würmer oder besser gesagt Raupen, aus denen sich ja irgendwann einmal Schmetterlinge empuppen können. In der Retail-Variante wären das aber Tokens, also Blättchen, keine Holzraupen. Dann nehmen wir noch in Spielerfarbe unsere Schmetterlinge zur Hand. Hierzu kommt noch, wir ziehen aus diesem Bag für dieses Raster hier die Blättchen und wenn wir das getan haben, dann können wir starten. Dann decken wir noch den ersten Zwerg auf. Hier ist eine 2 zu sehen. Das bedeutet, es kommen noch zwei Raupen hier auf dieses Bau, auf diese Bauhütte, auf diesen Werk schuppen. Und dann geht es los mit der Beat-Phase. In der Beat-Phase ist es so, dass der Spieler auf Position 1 als erstes einmal bieten kann. Und auf was bieten wir? Wir bieten darauf, wer als erstes etwas aus Reihe oder Spalte nehmen kann. In den ersten fünf Bereichen ist es so, dass ich darum biete, wie viele Raupen ich abgebe. Ja, jeder Spieler bekommt zum Spielbeginn schon einmal eine gewisse Anzahl an Raupen. Diese kann ich dann wiederum bieten, um als erster hier von den Blättchen nehmen zu können. Und dann geht es eben abgestuft von fünf bis eins. Wenn ich irgendwann einmal keine Raupen habe oder ich möchte keine Raupen bieten, dann habe ich hier die Möglichkeit in vier Feldern auf 0 zu gehen. Bei 0 ist es dann einfach so, ich muss keine Raupen zahlen, bekomme aber, wenn die Beat-Phase zu Ende ist, Raupen nach Einsetzungsfeld. Das erste Nuller-Feld bringt mir eine Raupe, wohingegen das letzte Nuller-Feld mir schon vier Raupen bringt. Könnte auch eine Taktik sein, um in den weiterführenden Runden dann ganz einfach immer wieder ganz nach vorne bieten zu können. Weil, wenn ich wirklich erster sein will, muss ich fünf Raupen bieten. Und da kann es dann schon passieren, dass ich relativ schnell ohne Raupen dastehe. So, wir haben uns aufgestellt, sagen wir mal, er bietet 3, er will 0, er sagt, er braucht noch vier Raupen, er bietet 4. So, wir haben uns jetzt einmal vorbereitet. Was ist das nächste? Das nächste ist die Drafting-Phase. Und hierbei entscheiden wir uns, nehmen wir Reihen oder Spalten. Der erste Spieler ist jetzt grün, dieser entscheidet sich, geht auf Eins und entscheidet sich einmal, diese Spalte zu nehmen oder diese Reihe zu nehmen. Er nimmt hier auch die Würmer, weil wenn Plättchen ausgelegt werden, wo ein Wurm oder ein Raupensymbol drauf ist, werden sofort Raupen draufgelegt. Dann nimmt er sich ganz einfach diese Plättchen zu sich und somit ist sein Einzug in der Drafting-Phase vorbei. Als nächstes kommt Blau dran. Blau kann sich jetzt entscheiden, hier drei oder da drei. Er nimmt sich diese drei. Was dieses eine Plättchen zu bedeuten hat, erkläre ich dann gleich, wenn ich zu den Modulen komme. So, er hat ebenfalls seines, nur zur Übersicht, legen wir das dann daher. Jetzt ist noch weiß an der Reihe, weiß kann sich das oder das nehmen. Wer sich diese Spalte nimmt, der bekommt auch den Gnom, sprich er nimmt den Gnom zu sich und auch die zwei Raupen. Und der letzte ist jetzt Rosa und in dem Fall würde Rosa jetzt aber vier Würmer bekommen oder vier Raupen bekommen, weil er hat ja null geboten, aber nur ein Plättchen. Und wenn das der Fall ist und nur dann, wenn ein Spieler nur ein Plättchen bekommen würde, zieht er einfach random aus dem Sack noch ein Plättchen und legt es bei sich ab. Das heißt, jeder Spieler beendet die sogenannte Drafting-Phase mit Minimum zwei Kärtchen, so dass immer irgendwie die Möglichkeit ist, ein Paar zu bilden, um seine Schmetterlinge eben an die Blumen anzuheften. So, jetzt haben wir alle unsere Plättchen getraftet, nichts ist übergeblieben. Dann kommen wir zur Gartenphase. In der Gartenphase probieren wir jetzt einfach unsere Plättchen, die wir eingesammelt haben, zu matchen. Das heißt, wir wissen ja oder wir haben ja gesehen, auf diesen Teilen sind Blumenbeete angezeichnet und jetzt versuchen wir ganz einfach mit diesen Blumenbeeten zu aller Carcassonne größere Flächen zu kreieren. Und je nachdem, in welcher Farbe ich ein Blumenfeld abschließe, in dieser Farbe darf ich dann einen Schmetterling in meiner Phase an der jeweiligen Blume anbringen. Jetzt habe ich ja beim Spielaufbau gesagt, wir legen überall so ein Plus Eins hin. Das ist dafür da, wenn ein Spieler, egal in welcher Farbe von den Blumen, ein Blumenfeld mit drei oder mehr Teilen abschließt, darf er nicht nur dort einen Schmetterling anlegen, sondern wenn er der allererste ist, der das macht in dieser Farbe, darf er auch eben dieses Plus Eins zu sich nehmen. Das bedeutet, er darf noch einen zweiten Schmetterling an diese Blume anbringen. Das gibt es eben für alle vier Blumenarten. Was ist jetzt da, wenn ich aber nur mit Zweierbeeten operiere? Kann ich natürlich auch machen, bringe ich relativ viele Schmetterlinge natürlicherweise auf die Blumen, habe aber nicht die Möglichkeit, das Plus Eins zu nehmen. Weiterführend ist es so, wenn wir das über acht Runden gespielt haben, kommen wir ja zur Scoring Phase oder zur Endwertung. Und da ist es nämlich auch so, dass unser größtes Feld, das wir im Laufe des Spieles gebildet haben, noch einmal zwei Nektar pro Teil für uns scort. Das heißt, wenn ich ein Feld über acht Blättchen bilde, dann sind es 16. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn ich es über zehn schaue, sind es 20. Wenn ich aber jetzt nur lauter Zweier mache, dann habe ich nur vier am Ende. Das heißt, auch da ist ein gewisse strategisches, richtiges Platzieren natürlich auch vonnöten, aber auch natürlich das Glück, die richtigen Teile zu bekommen. Deswegen kann es schon vom Vorteil sein, so hier und da mal ein paar mehr Raupen auszugeben, um ja erster zu sein, um auch die besten Kombinationen am Blättchen mir holen zu können. So, wir sind jetzt eben durch, wir scoren. Dann ist es so, wenn wir unsere Schmetterlinge angebracht haben, habe ich ja gesagt, es ist auch ein bisschen Area Control dabei. Und zwar natürlich, wir schauen uns jetzt einmal so einen Ring im Detail an. Ihr seht hier, wir haben immer eine hohe Zahl und eine niedrige Zahl. Ganz klar ist so, derjenige Spieler, welcher die meisten Schmetterlinge an einer Blume hat, bekommt die höhere Punkteanzahl und der mit den zweitmeisten die zweite und die dritte. Und wenn alle vier Spieler mit an der Partie sind, ist es so, dass natürlich ein Spieler leer ausgehen wird. Das machen wir für alle Blumen. Dann werden unsere Raupen noch gescored. Jede Raupe ist einen Nektarwert, sprich einen Siegpunkt. Und ja, dann wird noch das längste Blumenbeet von jedem Spieler gewertet. Gibt es noch irgendwelche Bonuswertungen, werden die auch eingetragen. Die aber definitiv nur, wenn die Module mit dabei sind im Basisspiel, gibt es da nichts Großartiges. Und dann wird einfach zusammengerechnet und der Spieler, welcher die meisten Punkte hat, gewinnt. Aber das war jetzt nur das Basisspiel. Relativ zugänglich, relativ schnell erklärt, würde ich jetzt als gehobenes Familienspiel ansehen. Jetzt nicht großartig da irgendwie Kennerspiel. Es kann sich aber zu einem Kennerspiel entwickeln. Genauso wie Carcassonne. Umso mehr Erweiterungen ich mit hineinnehme, umso komplexer wird das Spiel. Ist auch hier der Fall. Zuallererst haben wir das Modul, die sogenannten Vogeltränken. Und hier haben wir jetzt genau dieses Blättchen, wo hier eine Vogeltränke angezeichnet ist. Wenn ich so ein Blättchen in meinen Garten einbaue, nehme ich mir eine Vogeltränke. Auch wunderschön in 3D gemacht. Schaut natürlich herrlich aus, wenn sich mein Garten schon langsam erweitert und ich dann mehrere dieser Vogeltränken in meinem Garten stehen habe. Für jede Vogeltränke, die ich bei Spielende, bei mir im Garten steht, gibt es ebenfalls einen Nektar zusätzlich. Das ist schon mal nicht schlecht. So, dann kann ich mit den Predators spielen. Da haben wir hier einige Karten, das sind alles Predators, also Einwohner in Gärten. Hiervon werden einfach am Spielanfang 4 getraftet, werden gut ersichtlich für alle Spieler ausgelegt. Dann geht man her, sucht aus diesen Holz-Tokens. Auch das ist Kickstarter-Material in der Retail oder in der normalen Variante. Werdet ihr auch hier Pappmarker haben, aber auch schön gemacht. Sucht ihr euch einfach die Tokens für die Predator heraus, die ihr gezogen habt. Schmeißt die in den sogenannten Predator-Sack. Leider Gottes gibt es nur einen Sack bei Papillon. Das wäre schön gewesen, wenn da ein zweiter eben für Predators dabei gewesen wäre, weil immerhin sagen sie, man sollte es in den Predator-Sack werfen. Da gibt es einfach einen Tipp, holt euch ein Baumwoll-Jute-Sackchen und haut es dort hinein und zieht es raus. Weil es ist dann so, alle anderen Predators, die wir nicht brauchen, kommen zurück in die Spielerbox. Wenn einer dieser Zwerge umgedreht wird, ziehen wir nach der Zahl, die hinten drauf ist, so viele Predator-Scheiben aus dem Beutel und platzieren sie in einer vorgegebenen Platzierungsweise hier auf den Blättchen, die ausgelegt sind, die wir draften können. Wer dann eines dieser Blättchen einkassiert, führt dann sofort das aus, was auf der Predator-Karte drauf steht, auch in der Runde oder in der Phase, wo es ausgeführt werden muss. Als nächstes haben wir dann die sogenannten Goal-Karten, da gibt es auch eine ganze Menge davon. Auch hier werden zwei gezogen, die werden auch für jeden gut sichtbar ausgelegt und am Ende wird dann gescored, was hier auf der Karte drauf steht. Als nächstes haben wir dann noch die Vogel-Tokens, da gibt es auch in der Kickstarter-Variante leider keine Holz-Tokens, sondern einfach solche Vogeltöckchen, die werden einfach umgedreht, hinten sind sie alle weiß und wenn jetzt aufgedeckt wird und es wird mit den Zwergen wieder operiert, wenn ein Zwerg aufgedeckt wird, werden so viele Vogeltokens gezogen, wie hinten die Zahl drauf ist. Auch da wird dann nach einer angegebenen Platzierungsweise diese Tokens aufgelegt. Auch hier ist es dann so, ich kassiere mir jeden Vogeltoken mit ein, der auf einem meiner Spielplan-Teile liegt und bei Spielende gibt mir jeder Vogel einen Nektar, sollte ich es aber schaffen, ein Trio zu bilden, weil es gibt nur drei Vogelarten in diesem Spiel und jedes Trio gibt mir noch einmal zwei Nektar zusätzlich. Das heißt, drei Vögel sind drei Punkte, ist es aber ein Trio, ergibt es mir noch einmal zwei, kann ich sogar ganze fünf Punkte damit machen und wenn ich das mit sechs Vögeln schaffe, habe ich sechs plus zwei, kann man es natürlich leichter ausrechnen. Zehn Punkte am Spielende. Ja, dann gibt es noch die Felderweiterung. Es gibt sogenannte Sommerpflanzenblätter, sind sogenannte Joker, die kann man an jedes Feld anlegen. Sie nehmen erst dann beim Anlegen auch die Farbe des Feldes an, wo ich es anlege. Bei einigen sind Schmetterlinge drauf. Wenn ich jetzt ein Wiesenfeld abgeschlossen habe, ihr seht auch immer die grünen Felder dazwischen, wenn ich jetzt ein Wiesenfeld abschließe, kriege ich Nektar nach Schmetterlingen, die auf meinem abgeschlossenen Wiesenfeld drauf sind. Wenn ich es aber schaffe, eine dieser Honigbienchen, die ebenfalls auf so manchen Teil drauf sind, in einem abgeschlossenen Wiesenfeld habe, dann zählt es für dieses Blättchen, wo es drauf ist, bei der Wertung für ein Blättchen mehr. Das heißt, ich habe hier auf einem gelben Feld ein Honigbienchen und wenn ich jetzt da ein Zweier dazulege, könnte ich dieses Blättchen werten wie ein Dreier, was natürlich auch gut ist für mich, dass ich bei der gelben Blume vielleicht einen zweiten Schmetterling anmachen kann, weil ich ja durch diese Honigbiene ein fiktives drittes Blättchen dazugelegt habe. Das heißt, ihr seht, umso mehr Module man hinein nimmt, umso komplexer wird es, umso interessanter wird es. Ich sage, es könnte dann ein gehobenes Familienspiel ganz leicht übersteigen, sodass wir am untersten Rand des Segments eines Kennerspiels ankommen. Zumindest ist das mein Empfinden, wenn man eben irgendwann einmal so weit ist, dass man alle Module mit hinein nimmt. Jetzt habe ich euch einmal alles vorgestellt, was so im Spiel mit dabei ist, natürlich auch mit der Erweiterung Beyond the Meadow. Was sind natürlich die großen Vorteile? Es ist Blumen, Pflanzen, es ist wunderschön, bunt und prächtig. Es lädt auch ein, das mit Leuten zu spielen, die vielleicht jetzt nicht so brettspielaffin sind, weil es geht um Blüten, es geht um Natur, es geht um Schmetterlinge, die uns allen gefallen. Da sind jetzt keine schirren Monster irgendwie, muss irgendwer jemanden zerstören oder was. Alles ganz friedlich vor sich hingespielt und das ist definitiv ein riesengroßer Pluspunkt. Man kann es mit allen Erweiterungen spielen, man kann sich eine Erweiterung nach der anderen hinzunehmen oder man sucht sich genau die aus, die einem gefallen. Oder man spielt einfach das Basisspiel. Selbst das ist schon sehr, sehr nice und sehr, sehr nett, weil man schon ein bisschen grübelt, welche nehme ich mir, wo zwicke ich was an, damit ich irgendwo ein paar Pünktchen abstauben kann. Es ist natürlich cool, dass diese ganzen Holzmarker dabei sind. Auch die Zwerge sind cool Holz. Man hat für die Meeple so einen Pickbogen bekommen. Das Problem bei dem ist aber gewesen, und das ist jetzt nur Meckern auf hohem Niveau, man hat immer nur die Vorderseite gedruckt. Das heißt, man kann natürlicherweise Vorder- und Rückseite mit einem Gesicht bedrucken, ist ja nicht die Thematik jetzt, aber es wäre natürlich cool gewesen, wenn man sich schon die Mühe macht, dass man seine Meckschen personalisieren kann, dass man dann vielleicht auch eine Rückseite hätte mit Haaren oder so. Aber wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau. Ja, dann haben wir diese Bird-Plättchen, also diese Vogel-Plättchen. Wie gesagt, ist auch Meckern auf hohem Niveau. Wenn man schon die Tokens für die Predators in Holz gemacht hat, dann hätte man meiner Meinung nach die Vogel-Tokens ja auch in Tokens machen können, die man bepicken kann. Wäre natürlich auch cool gewesen für eine Kickstarter-Deluxe-Variante. Jetzt kommt aber mein großes, großes Manko bei dem Spiel. Und das sind, so schön sie gemacht sind, unsere Schmetterlinge. Unsere Schmetterlinge bicken hier auf diese Klucken, auf diese kleinen Klucken, kennt dann jeder von sogenannten Ansteckhärtchen, die wir zum Geburtstag, zum Valentin oder bei welcher Veranstaltung noch immer, an Karten, an Blumen oder was auch immer anzwicken können. Und die sind ja sehr filigran. Und jetzt hat man sich für diese Möglichkeit entschieden, da die Tokens drauf zu bicken und dann das anzukleben. Und ich kann euch eines versichern, es wird euch, es wird euch definitiv passieren, dass ihr irgendwann einmal Klucken und Schmetterlinge definitiv getrennt habt. Das ist einfach so, weil ihr irgendwann einmal, ihr schaut und dann zwickt es auf und dann dieses, dann verrutscht euch das, dann bricht es ab. Natürlich drauf bicken und weiterspielen, aber es kann euch genauso gut passieren, dass euch die Kluppe als solches bricht. Ist mir passiert, ist natürlich dann irrsinnig unangenehm. Ja, aber wie gesagt, auch das ist Meckern vielleicht auf hohem Niveau, aber da wäre es vielleicht interessanter gewesen, sich vielleicht, es gibt solche Sachen auch in Plastik, da vielleicht überlegen, das in Plastik zu machen. Vielleicht hält dann auch das andere besser drauf. Wie gesagt, ist schade, aber ist halt einmal so, man hat hier versucht, Neues auszuprobieren, was ich auch cool finde. Man versucht hier ein bisschen innovativer zu sein, Neues in die Brettspielszene einzubringen und das muss man auch einmal so annehmen und auch einmal hervorheben, positiv. Dann habe ich oft gehört, den Kritikpunkt, ja, die Pflanzen zusammenbauen, das ist ja doch ziemlich, das muss man jedes Mal vor jeder Partie machen. Da gebe ich euch aber auch ganz ehrlich einen Tipp. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein Spiel ist, außer ihr habt wirklich überhaupt keine Möglichkeit, das mit jemandem zu spielen. Und auch das ist im Grunde genommen möglich. Dass ihr es trotzdem spielt, weil mit der Erweiterung kommt auch die Solo-Variante mit in das Spiel. Das heißt, auch ihr könnt das alleine spielen und wenn ihr sagt, das gefällt mir, das ist so ein kleines Spiel, wo ich vor mich hinkniffle, wie kann ich einen höheren Score machen und spiele das immer wieder, dann wird meine Lösung für die Blumen auch für euch definitiver sein. Denn, geht's her, macht einen kleinen Uhu-Tupfer drauf und pickt sie fix zusammen. Dann nehmt eine kleine Schachtel, stellt eure zusammengebildeten Pflänzchen hinein und immer wenn sie spült, nehmt die fix zusammengebauten Pflanzen heraus. Ihr werdet da keine 10, 15 oder, wie ich schon gehört habe, 20 Minuten damit verbringen, eure Pflanzen zusammenzustecken, sondern sie sind immer fix fertig. Oder ihr stellt sie einfach, wenn ihr eine schöne Ecke habt, wo ihr drapieren könnt, dann stellt ihr es dort nicht, ihr müsst es zwar noch abstimmen, aber sie sind auch dekorativ, sehr schön zum Anschauen und wenn da ein paar Schmetterfinke schon drauf sind, dann schaut das auch cool aus fürs Auge, wenn ihr das nur als Accessoire in eure Wohnung schützt. Nur so ein kleiner Wohn-Dekortipp meinerseits. Ansonsten gibt es nichts Negatives über dieses Spiel zu sagen, es ist wunderwunderschön. Ich freue mich riesigst, es endlich bei mir in meinem Regal stehen zu haben. Es sind auch die hier außen liegenden Schmetterfinke oder Schmetterlinge als Postkartenform dabei. Kann man sich jetzt auch irgendwo hingeben, wenn man eben ein Schmetterling-Fan ist. Wann nicht? Ist es nice to have, but not must to have? Dann lässt du es einfach in der Schachtel. Aber ich finde es so, vielleicht ein bisschen das Spiel zu pimpen, und dir am Tisch zu drapieren, wenn man spielt, auch recht nett. Man lernt ein bisschen was über Schmetterlinge. Im Großen und Ganzen war es das schon. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich war ganz geil darauf, das Video zu machen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Eicher Brettspielpirat. Für dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.